leute 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 ton weg vom fernseher es will die schöne sonne da fotografieren ein herrlicher abend was da hinten ist zeige ich euch jetzt mit der kamera wenn ich es näher ran hole in zwei heißen ballons zwei stück und die kann ich sehr gut ich habe ein neues handy samsung galaxy a 32 5g 128 gb speicher ganz tolles neues handy und ich kann dinge die ganz weit hinten sind die heran holen vor allem die zwei ballons dahinten woher sieht man die besser ne so 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 so